Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute möchte ich mal eine Follower-Frage beantworten und zwar wurde ich gefragt, ob Brand Village selbst als Markenportal auch als Marke eingetragen ist. Hmm, also an der Stelle natürlich und klar, wir können ja nicht mit Marken handeln und euch was vormachen mit Marken und dann sind wir gar nicht als Marke eingetragen. Also das wäre ja echt schwach. Wobei ich festgestellt habe, dass es namhafte Branding-Agenturen geben, die versprechen, eure Marke groß zu machen und Spezialisten in Markenführung und Markenaufbau sind, die aber selber ihren Namen gar nicht geschützt haben. Aber das war nur ein kleiner Ausflug. Deswegen kurz nochmal zu Brand Village. Brand Village ist als Wortmarke, natürlich hätten wir auch das Logo eintragen können als Wortbildmarke, weil das kann ja jeder. Also Logos mit einem hohen bildhaften Anteil werden eigentlich immer eingetragen. Das ist keine Kunst. Aber die Kunst ist ja, die Wortmarke zu bekommen, dass eben keiner in den Klassen, für die man das Wort angemeldet hat, eben in einem Fließtext oder in Werbung oder sonst irgendwo, eben genau diese Wortmarke verwendet. Und ja, Brand Village ist beim Deutschen Patent- und Markenamt als Marke eingetragen. Bereits seit 2018. Das heißt, wir haben schon die ersten fünf Jahre durch. Klar, wir benutzen die Marke. Und die ist eingetragen für die Klasse 35, für die Klasse 36, für die Klasse 42 und für die Klasse 45. Und kurze Zeit später haben wir, also auch noch in 2018, im Dezember, Brand Village als EU-Wortmarke eingetragen. Natürlich für die gleichen Klassen, sprich 35, 36, 42 und 45. Damit haben wir europaweiten Schutz. Das ist schon mal eine tolle, klasse Sache für die Wortmarke Brand Village. Und wir haben Brand Village auch versucht, über die Wipo in China anzumelden, weil wir ja wissen, dass die Chinesen manchmal, so sagt man und hört man, auch Namen klauen. Und wir haben festgestellt, Brand Village haben wir in China nicht eingetragen bekommen. Das liegt, ja, es ist schwierig. Wir haben Widerspruch eingelegt gegen die Ablehnung und so weiter und haben da so eine, das chinesische Markenamt möge mir verzeihen, wir haben so eine Wischi-Waschi-Antwort gekriegt, die ich eigentlich eher von westlichen Markenämtern erwartet hätte, dass man sagt, beschreibend oder keine Ahnung was. Auf alle Fälle, die Chinesen haben sich geweigert, uns Marke Brand Village als Wortmarke einzutragen. Gut, dann ist das so, wir haben alles gegeben und alles probiert. Halten wir fest im Resümee. Der Name unserer Plattform Brand Village ist in Deutschland und auch beim EU-IPO als Wortmarke eingetragen. Damit habe ich die Frage unseres Followers beantwortet und ja, dann sage ich einfach mal, vielen Dank für die Frage. Ich beantworte gerne weitere Fragen und entlasse euch hiermit ins Wochenende. Und ihr wisst ja, hier unten einfach auf Abonnieren klicken, das freut mich jedes Mal, so wächst die Community. Auch ihr untereinander könnt euch ja austauschen während meines Videos und wie auch immer. Also, wir hören und sehen uns bei meinen neuen weiteren Videos, die ja täglich kommen und ich denke, ihr seid morgen wieder mit dabei. Also, danke, bis dann, Servus.